Waffe. Waffe ist etwas, was man zum Kampf nutzt. Waffe ist ein Kampfgerät, ein Kriegsgerät. Waffen waren früher Schwerter und Lanzen, Keulen, Pfeil und Bogen und so weiter. Heutzutage gibt es viel schlimmere Waffen, Schusswaffen, es gibt konventionelle Waffen, Atomwaffen und so weiter. Es gibt das schöne Lied, Flugscharen schmelzt aus Gewehren und Kanonen, dass wir in Frieden zusammenwohnen. Es wäre wünschenswert, dass Menschen diese Kriegswaffen abschaffen oder mindestens, dass Waffen nur von einer überstaatlichen Behörde geregelt werden würden.